Bevor das Video losgeht, noch eine kleine Info für euch alle. Im November werde ich die Videoproduktion bzw. die Ausgabe an neuen Videos auf diesem Kanal deutlich runterfahren. Liegt einfach daran, dass im Dezember ein absolutes Großprojekt ansteht, wo es eine ganze Menge Videos geben wird. Es wird haufenweise Gewinnspiele geben. Das wird jeglichen Rahmen sprengen, den es hier jemals gegeben hat. Deswegen jetzt den Kanal abonnieren, um das im Dezember auf jeden Fall nicht zu verpassen. Deswegen wundert euch nicht, im November wird es vielleicht ein bisschen weniger. Aber wie gesagt, abonniert den Kanal, da wird im Dezember was Großes auf euch zukommen. Ja, ich war ja letztens mit meinem Tesla bei der Werkstatt gewesen. Ich hatte darüber ja auch ein Video gemacht. Die Verlinkung findet ihr hier oben in der Infobox. Und ich war dort gewesen, ich muss mal gerade die Lüftung ausmachen, das ist ein bisschen zu laut hier. Und ich war bei Tesla in der Werkstatt gewesen, weil mein Auto ja eine knarzende Heckdämpfer hatte. Also an dem Kofferraum, der Dämpfer auf der rechten Seite, der hat so geknarzt und Geräusche gemacht beim Auf- und Zufahren. Deswegen war ich ja in der Werkstatt. Und daraufhin habe ich mir überlegt, was hat eigentlich meine Community, was habt ihr für Probleme mit dem Tesla, die vielleicht unnötig sind, wo man keine Lust drauf hat, wo man ständig mit zur Werkstatt fahren muss. Deswegen habe ich bei Instagram eine Umfrage gestartet und ihr solltet mir mal schreiben, was für Schäden euer Tesla denn so hatte und was ihr da beheben lassen musstet. Und in die Antworten davon schauen wir heute mal rein. Ich habe mir das jetzt mal alles hier auf dem Handy aufgemacht und ihr seht schon, das ist eine ganze Menge an Zeug. Da waren über 40 Antworten gewesen von Leuten, die einfach da Probleme hatten. Und ich würde sagen, wir fliegen da einfach mal etwas drüber. Zum Beispiel die erste Antwort, die ich bekommen habe, war direkt, mein Heckklappendämpfer war beschädigt und da tritt Öl aus. Ein Standard Range aus Shanghai. Interessanterweise war bei mir auch dann so, der Heckklappendämpfer war bei mir auch kaputt gewesen, aber da war kein Ölaustritt. Ich denke mal, da war einfach nur ein mechanischer Fehler innen drin gewesen. Aber ja, ist mit den Dämpfern durchaus ein Problem, was öfter mal vorkommt. Das habe ich auch jetzt im Forum öfters mal gelesen, dass da Leute einfach Probleme haben, dass die halt ausgetauscht werden müssen. Ein Punkt, der ganz oft geschrieben worden ist, war das Thema Black Screen beim Einsteigen. Auch ein Riesenthema, das war auch ganz, ganz groß gewesen, jetzt so im Sommer oder Anfang Sommer, Frühling diesen Jahres, dass bei vielen Tesla-Fahrern das Problem aufgetreten ist, die sind in ihr Auto eingestiegen und der Monitor ist schwarz geblieben. Da war dann wirklich ein Black Screen, da ging dann gar nichts mehr. Du konntest fahren, du hast auch die Schalttöne und sowas gehört, aber der Monitor war einfach dunkel. Und da musstest du ein Reset durchführen mit deinem Auto. Bedeutet, beide Knöpfe drücken und die Bremse drücken und dann fährt das Auto im Prinzip einmal neu hoch und dann war es wieder da. Ich habe von einem Zuschauer gehört, der sollte wohl komplett den Monitor ausgetauscht bekommen, inklusive Kabeln und sowas. Das sollte wohl alles gemacht werden. Bei anderen ging es durch ein Software-Update wieder weg. Also ich denke, hier ist das Problem nach und nach langsam auch wieder behoben worden. Ich glaube schon, dass es größtenteils softwareseitig war. Aber ja, war ein Riesending gewesen und da waren einige von euch betroffen mit diesem schwarzen Monitor. Dann habe ich noch einen interessanten Punkt hier, der auch wieder ein Fahrzeug betrifft, was ich ja auch habe. Standard Range aus Shanghai. Steinschlagfolie gelb nach zwei Monaten klapperndes Fenster Fahrradtür. Also Fenster klappert bei mir nicht, aber die Steinschlagschutzfolie an den Seiten, jeweils vor den hinteren Radkästen, ist bei mir auch vergilbt tatsächlich. Jetzt nicht nach zwei Monaten, sondern ungefähr nach vier hat es angefangen, so vier bis fünf Monate hat es angefangen bei mir. Mittlerweile sind die relativ gelb, was ich sehr, sehr schade finde. Ich fahre regelmäßig in die Waschanlage, also es ist kein Schmutz, es ist auf jeden Fall, dass diese Qualität dieses Kunststoffes nachgelassen hat, was ich wirklich sehr schade finde. Aber ja, ist was, das kann man natürlich selbst beheben. Also ihr könnt die Folie entfernen und euch die Originalfolie bei Tesla bestellen und wieder draufkleben. Aufkleben, das geht schon, aber macht es Sinn, ist es schön? Nee, nach einem halben Jahr nicht, finde ich nicht cool, könnte man deutlich besser machen. Ja, finde ich einfach schade. Auch ein Punkt, der leider fast alle Tesla-Fahrer betrifft, ihr kennt es vielleicht auch. Und ein Punkt, der sich irgendwie auch nicht bessern lässt, auch durch Software-Updates. Da hat es hier der Kollege ganz gut geschrieben. Mein Model Y Standard Range made in China, da nervt mich extrem die Meldung, dass die Kameras geblendet oder blockiert sind, vor allen Dingen bei Nacht. Auch ein Punkt, den habe ich auch ständig. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, es gibt keine Nachtfahrt, bei denen mindestens einmal die Meldung kommt, Kamera, rechte Tür, Säule, blockiert. Die kommt immer, diese Meldung. Und das ist ja dann, die poppt dann jedes Mal auf, auf dem Monitor. Das finde ich auch einfach nervig. Und diese Meldung habe ich auch ständig. Also die habe ich wirklich ständig. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Die ist weder geblendet, noch ist sie blockiert. Das passiert einfach so während der Fahrt. Dann ist es dunkel und bup, Kamera geblendet, funktioniert nicht richtig, ist eingeschränkt. Habe ich wirklich auch die ganze Zeit. Diese Meldung ist auch einfach was, wo ich auch mich frage, Tesla, warum könnt ihr das Software-seitig nicht was machen? Und das ist doch so easy, da was zu machen. Das kann man doch eigentlich relativ gut lösen. Aber nein, irgendwie anscheinend nicht. Ist ein Problem, was weiterhin besteht, was sehr, sehr viele haben. Finde ich auch mega schade. Aber ja, schränkt euch natürlich dann in dem Sinne bei der Fahrt nicht ein. Was ich dann ganz oft gelesen habe und auch schon gesehen habe in diversen Foren und Gruppen, ist, dass das Plastik am Fahrersitz, wo man die Einstellungen hier unten machen kann, bricht, beziehungsweise einen Riss hat. Und am Anfang, als ich es anfangs gesehen habe, so die ersten Berichte darüber, dachte ich so, das, hä, wie kann das denn brechen? Das ist doch, das muss man doch sehen. Und dann bin ich an mein Auto gegangen und habe mir das angeschaut. Und das ist bei mir tatsächlich auch. Mir ist es nur nie aufgefallen, aber bei mir ist tatsächlich auch diese Plastikverschalung hier unten gerissen. Da ist ein kleiner Riss drin. Ich zeige euch das jetzt mal. Es ist jetzt nicht sonderlich groß und fällt jetzt auch nicht direkt auf. Aber es ist da. Und da frage ich mich halt auch so, warum? Ist da so viel Spannung eventuell drauf? Also ich könnte es mir vorstellen, dass das irgendwie ein bisschen alles zu sehr spannend und deswegen reißt. Oder liegt es am Gewicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die anderen Fahrer dieses Problem haben für ein Gewicht haben. Aber das ist auf jeden Fall nicht so cool. Da könnte man durchaus mal nacharbeiten. Ich glaube aber auch trotzdem, also bei mir, in meinem Fall ist es jetzt so, ich werde es nicht austauschen lassen. Ich werde dafür jetzt nicht in die Werkstatt fahren und zu Tesla einen Servicetermin machen, weil mir der Aufwand dafür dann zu hoch ist. Also das stört mich jetzt in dem Sinne nicht. Mir ist es ja auch eigentlich nicht aufgefallen. Und ich habe jetzt keine Lust, da hinzufahren wie so ein Oberpingeliger wegen so einem 1 cm Riss und zu sagen, hier tausche mir den ganzen Sitz aus oder die ganze Verkleidung aus oder so. Da ist mehr Arbeit dahinter, als dass ihr da Nutzen für habt. Und deswegen, da ist dann auch so meine persönliche Grenze, wo ich dann sage, nee, brauche ich nicht. Wenn ich jetzt aber mal so generell durch diese ganzen Antworten gucke, ich würde euch einfach mal gerne so ein paar Stück jetzt um die Ohren hauen. Da wird man eine Sache merken. Die meisten Sachen, die dort sind, sind nicht die klassischen Tesla-Probleme. Spaltmaße, Lackprobleme, unsaubere Verarbeitung im Außenrum, also dass irgendwie Außen was zerkratzt ist oder sowas. Es sind tatsächlich ganz viele andere Dinge. Und das ist interessant. Ich hätte nämlich eigentlich damit gerechnet, wenn ich diese Frage stelle, dass mir die Leute alles um die Ohren schmeißen, da ist ein Spaltmaß falsch und da waren Spaltmaßdings und da hat die Tür geklemmt und da ist der Spiegel nicht ausgefahren und da war ein Lackeinschluss und da war ein Kratzer drin. Davon bin ich ausgegangen. Aber es sind ganz viele andere Sachen geworden. Und ich würde sagen, jetzt haue ich euch mal noch eine Zusammenfassung raus, was jetzt hier einfach so stand. Und Holzverkleidung hat nicht denselben Holzton. Ja, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das passiert. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt behandelt ist, ob das wirklich reines Naturprodukt ist. Kann ich mir aber vorstellen, dass es halt so ist. Fahrersitz ist nicht richtig fest. Knarzende Heckklappe, Knacken beim ersten Bremsen. Einparkhilfe ging anfangs nicht, bis ich das Auto neu gestartet hatte. Knarzende Sitzkonsole, Fahrerseite, Model Y Standard Range, schwarzer kleiner Punkt im Display. Steinschlag und Riss in der Frontscheibe. Gut, das ist was. Ein Steinschlag ist ja kein Schaden, der Tesla verursacht hat. Auslieferung Mai 2023. Airbag-Lampe an, Kabelbruch im Sitz. Lautsprecher rechte Tür unten defekt und wurde getauscht. Beifahrer Rückenlehne, Gelenk nicht geschmiert und knarzte. Türverkleidung verzogen, knarzte. Also ich denke, viel ist halt knarzen, ist halt einfach so eine Sache. Das Auto ist halt nicht das ruhigste Auto im Innenraum. Das ist einfach so, hier und da klappert es und knarzt es immer wieder mal. Ist für mich aber auch so ein Ding, wo ich halt jetzt nicht mit Tesla irgendwie fahre. Ja, das ist dann jetzt nichts, wo ich dann sage, da muss ich unbedingt mit in die Werkstatt. Sensor in der Sitzmatte, Fahrersitzdefekt. Dann haben wir einen Fehlercode. Aufladen nicht möglich, Wartung erforderlich. Blackscreen hatten wir schon gehabt. Wasser in LED-Leuchten hinten. Wassereintritt, beziehungsweise dieses Beschlagen der Rückleuchten von innen, auch ein bekanntes Problem. Ist sogar so bekannt, dass es tatsächlich bei Tesla im Benutzerhandbuch drinsteht. Also ihr findet im Benutzerhandbuch einen Punkt, wo drinsteht, je nachdem wie viel da drin beschlagen ist, ist das nicht schlimm. Das läuft wieder ab und sowas gibt es also auch. Armaturenbrett knackst manchmal bei hohen Temperaturschwankungen. Ja, also ihr seht, vieles ist, ich will jetzt nicht sagen Luxusproblem, um Gottes Willen. Vieles ist einfach so die Sache, da knackst irgendwas und da knarzt es irgendwie und da ist irgendwie was ruckelig, wackelig oder sowas. Aber es ist mehr Innenraum als außen, muss man ganz klar so sagen. Das Auto ist natürlich auch vollgepumpt mit Technik. Das darf man auch nie vergessen. Wir haben viele Sensoren, wir haben viele Funktionen hier in den Sitzen, ganz viele Motoren. Überall sind kleine Elektromotoren verbaut, überall sind Kabel. Das ist natürlich auch viel Elektrik, die kaputt gehen kann, die gestört sein kann, wo irgendwo Probleme herrschen können. Das ist ja völlig normal und das darf man auch nie vergessen in so einem Auto. Und da haben wir natürlich auch die Software, die sorgt ja auch dann für ihre eigenen Probleme nochmal, je nachdem, was da halt dran ist. Aber alles in allem muss ich sagen, ich denke, die Verarbeitungsqualität vom Tesla ist so gut mittlerweile. Vor allen Dingen die Model 3 und die Model Y. Ich bin gespannt, wie es beim neuen Model 3 werden wird. Aber bei Model Y ist es ja wirklich so, die Verarbeitungsqualität ist ja 1A. Das ist ja wirklich einwandfrei geworden. Und diese Probleme sind natürlich nervig, können auch behoben werden, aber im Großen und Ganzen riesige Probleme. Ich habe jetzt nichts davon gelesen wegen Ausfall der Heizung, Ausfall von Motoren, Batterie. Ich habe noch nie von einer Batteriestörung gehört, dass eine ganze Batterie getauscht werden muss. Da habe ich jetzt noch nie was von gelesen tatsächlich. Also das wüsste ich gar nicht. Die ganzen Hater würden jetzt wieder aufschreien, ihr müsst eure Batterie ja bald sowieso tauschen. Habe ich noch nie was von gelesen, dass eine Batterie getauscht werden muss. Also es sind immer wieder mal so kleine Sachen, die halt irgendwie gemacht werden müssen oder ausgetauscht werden müssen oder so. Aber im Großen und Ganzen habt ihr ein solides Fahrzeug dort bekommen. Und bei mir ist es ja jetzt auch so. Ich habe jetzt 31.000 Kilometer drauf. Ich war einmal in der Werkstatt wegen der Reparatur, wegen dem Dämpfer und einmal in der Werkstatt, um die Scheinwerfer einzustellen. Die waren etwas zu hoch gewesen und sonst nie. Sonst war ich nicht in der Werkstatt für nichts und ich brauche auch nicht. Ich habe nichts. Ich habe einen Steinschlag vorne im Lack. Da muss ich mich selbst drum kümmern. Da kommt ein Video zu im Dezember, unter anderem in diesem Großprojekt. Deswegen, wer Interesse daran hat zu sehen, wie man Lack repariert, also Lackstift aufträgt und Klarlack und sowas, abonnieren, damit ihr es dann seht. Und alles andere ist bei mir eigentlich nie was gewesen. Einwandfreies Top-Auto. Ich bin sehr zufrieden. Und das bin ich mir sicher, sind die meisten von euch auch. Die meisten Tesla-Fahrer sind sehr, sehr zufrieden. Es gibt immer Leute, die sehr pingelig sind, immer das Negative sehen. Ich wollte es ja jetzt wissen, habe ja extra danach gefragt. Aber ich denke, der Großteil ist sehr, sehr zufrieden damit und mit der Verarbeitungsqualität. Und ich glaube, da kann man schon einen großen Mehrwert für sich aus diesem Auto ziehen. Wenn ihr auch irgendwas habt in eurem Auto, irgendwelche Probleme oder Mängel oder sowas, schreibt es gerne in die Kommentare. Lese ich mir gerne durch und wir können auch darüber diskutieren. Vielleicht findet ihr auch andere Leute, die das haben und ihr könnt euch austauschen. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ansonsten wollte ich euch mal einen kleinen Einblick geben, was es so für Schäden im Model Y geben kann. Danke euch fürs Zusehen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Denkt dran, der Dezember wird richtig, richtig krass. Bis zum nächsten Mal.